... ... ... ... ... Natürlich sind hier so die einen oder anderen, die wirklich was hören wollen. So, wer bist du? Ich bin Felix. Felix, und du hast ordentlich Wumpf in der Karre? Ja, Serie, ne? Ja, Serie, ne? Ja, genau. So, dann wollen wir mal hören, was so ein Serien-Golf für den Lärm macht. Felix. Ja. So Felix, 116,6 Dezibel, kleiner Applaus für den Felix. Für den Seriengold schon nicht schlecht, ja ne, vielen Dank fürs Mitmachen.